Hi, ich möchte euch heute ein paar Einblicke in mein Laufkoordinationstraining geben. Denn wie viele von euch wissen, Laufen ist nicht nur Laufen, sondern dazu gehört auch die Koordination. Und jeder, der mit Laufen beginnt, wird feststellen, dass er, um besser zu werden, auch ein paar Übungen machen muss. Und ich möchte euch heute ein paar Einblicke geben in die Routine, die ich so mache. Ja, und zu Beginn geht es um ein paar Übungen für eine hohe Frequenz. Anschließend kommen ein paar Übungen, die sich dann auch im Schwierigkeitsgrad steigern. Und dann geht es um eine schnelle Bodenkontaktzeit. Wir wollen die Füße schnell vom Boden lösen. Und dann steigern wir noch die Bewegungsamplitude und nehmen ein paar dynamische Übungen mit auf. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ich euch motivieren kann, ein paar Übungen dann in euer Training mit einzubauen. Okay, dann sind wir soweit und jetzt geht's los. Die erste ganz klassische Übung, die viele von euch kennen, ist Tripling, auch genannt Fußgelenksarbeit. Hier kommt es auf eine hohe Frequenz an, die Arme dabei mitnehmen. Hier das Ganze jetzt nochmal nah und dann in langsam. Unter dem Körperschwerpunkt dabei arbeiten. Die Übungen kennen sich ja schon viele von euch, aber es kommt auf eine saubere Technik an. Man kann dann auch viele Variationen davon durchführen, zum Beispiel das Ganze rückwärts. Dabei auch die Arme mitnehmen. Das geht auch seitwärts. Um das jetzt ein bisschen mal zu steigern, ist das der Tripling mit abwechselndem Kniehub. Dort kann man jedes fünfte Mal das Bein anreißen oder auch zum Beispiel jedes dritte Mal. Dabei versuchen, nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Und immer schön unter dem Körperschwerpunkt arbeiten. Jetzt die nächste klassische Übung, das Skipping. Knie schön hoch, Arme mitnehmen, hohe Frequenz, unterm Körperschwerpunkt arbeiten. Jetzt nochmal ganz kurz von nah. Die Übung kennen sich ja auch schon viele von euch. Jetzt wird es etwas komplexer, das Einbeinskipping. Da reißen wir immer nur ein Bein an und nehmen das andere Bein immer passiv mit. Dann wechseln wir natürlich das Bein mal durch. Das Einbeinskipping kann man auch wechselseitig machen. Also das ist ein wechselseitiges Skipping. Das heißt, jedes dritte Mal das andere Bein anreißen und das andere passiv mit der Herd ziehen. Braucht etwas Übung, aber macht auch sehr viel Spaß. Die nächste Übung ist Fußheben. Dabei die Fußspitzen schön hochziehen. Hohe Frequenz. Und immer schön aus dem Fußgelenk arbeiten dabei, unterm Körperschwerpunkt. Gehe nochmal in nah. Die Arme können dabei entweder angehoben werden oder einfach mitgenommen werden. Nächste klassische Übung ist das Anfersen. Dabei leichte Vorlage. Hohe Frequenz. Dann der Überkreuzlauf. Beim Überkreuzlauf kommt es darauf an, wie man hier gut sieht, ein Bein vor dem Körper, ein Bein hinter dem Körper und das dann immer im Wechsel und die Arme mitschminken lassen. Wechselsprünge. Bei Wechselsprüngen kommt es darauf an, sich schnell vom Boden zu lösen und die Füße gleichzeitig auf den Boden aufkommen zu lassen und ein Bein abwechselnd immer anziehen. Wie man hier nochmal gut sieht, man kann die Knie mittelhoch nehmen oder man kann die Knie auch noch höher nehmen. Schnelles Fuß setzen, einer meiner Lieblingsübungen. Bein anziehen und schnell unterm Körper setzen und dann auch schnell unterm Körper wegziehen. Ich brauche etwas Übung, aber dann ist es eine sehr gute Übung und trainiert auch eine niedrige Bodenkontaktzeit bei hoher Bewegungsamplitude. Und dann zuletzt noch der Kniehub mit Außenrotation. Das kriegt ihr vielleicht nicht beim ersten Mal hin, aber dann ist es eine sehr schöne Übung. Von der Seite kann man es nicht ganz so gut sehen, aber gleich zeige ich es auch nochmal von vorne. Ein Bein wird vor dem Körper angehoben und das dreht dann jedes zweite Mal immer nach außen. Hier kann man es gut sehen. Und das andere springt mit und man kommt immer gleichzeitig auf den Boden auf und löst sich schnell wieder vom Boden. Damit könnt ihr sich ja jeden auf dem Sportplatz beeindrucken. So, das war es jetzt mal. Das waren jetzt ein paar Übungen. Manche waren ein bisschen schwieriger, manche ein bisschen leichter. Die führe ich normalerweise ein- bis zweimal die Woche durch. Meistens zu Beginn des Trainings. Ja, und ich hoffe, für euch war auch was dabei. Manche Übungen, denke ich, brauchen ein paar Wochen Übungen. Ihr könnt mir ja mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr so mit den Übungen klar gekommen seid. Und wenn ihr Rückfragen habt, könnte ich gerne noch darauf eingehen. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Ausprobieren. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020